Wobei, die Italiener hatten auch noch keine. Mit gütiger Mithilfe der italienischen Verteidigung. Muriel jagt die Kugel in den Himmel, ist aber glaube ich auch ein bisschen blöd gesprungen in der Situation. Da schauen wir nochmal hin. Da kommt er jetzt stolpern. Rodriguez, der hat den Überblick. Das muss er machen, Escobar. Er hat sich den Ball bereit gelegt. Also da müssen wir auch nochmal in aller Ruhe hinschauen. So, und da ist das Spiel bislang.